Krasse Fakten über Minecraft. Nummer 1, das Ende der Minecraft-Welt sah ursprünglich ziemlich verbuggt aus. Viele haben das die Farlands genannt, mittlerweile wurde das aber leider behoben. Nummer 2, die Welt von Minecraft ist um einiges größer als die Erde. Sie ist ungefähr viermal so groß, ungefähr so groß wie Neptun. Man kann einfach 60.000 Kilometer geradeaus laufen. Echt beeindruckend.